Ja, hallo, herzlich willkommen hier zurück. XCOM Enemy is in einem geheimen XCOM Hauptquartier, äh, unter Japan. Wir haben, äh, mit mir eh los, es werden UFO-Aktivitäten berichtet. Wir haben noch vier, okay, wir haben noch vier, das heißt definitiv können wir so oder so nichts machen. So, ich würde jetzt Brasilien machen. Gold, Geld, brauche ich eigentlich nicht, ne? Neuer Recruit, Unterstützung-Fargent oder vier Ingenieure, 200, dann hätten wir jede Menge Geld, nächste Runde. Ist aber auch sehr schwer, ich glaube wir machen Mexiko mit fünf Leuten. So, jetzt müssen wir natürlich nochmal gucken, wir haben hier einen Unterstützungssoldat. Also, als allererstes nehmen wir Solo mit. Dann nehmen wir Silvia mit, was hat Silvia? So, hier hat noch nichts. Das hat Polina, Polina hat aber auch noch nichts. So, zweimal schwer. Ja, dann nehmen wir noch einmal Unterstützung mit. Und dann nehmen wir noch den Neuen mit. Neuling. Und dann geben wir auf alle Fälle der Unterstützung ist ein. Und dann machen wir noch Medikit. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass es nicht mehr gibt, nehmen wir hier mal den Pulsboot mit. Aber kein Risiko, wir haben noch nicht so richtig die Ausrüstung. Um hier jetzt massiv Aliens gefangen zu nehmen. Bereit machen zum Einsatz, Strike One. Bereit machen zum Einsatz. Mexiko ist das Ziel der nächsten Mission. Panik breitet sich in einer Großstadt aus, während die Aliens durch ihre Straßen ziehen. Wir müssen diese Situation in den Griff kriegen. Okay. Probieren wir es. Ran an die Seile und runter. So. Central, Big Sky hier. Angriffsteam wird abgesetzt. Erwarten Ihre Befehle. Roger, Big Sky. Wir empfangen Sie klar und deutlich. Strike One hat grünes Licht für den Einsatz. Erwarten Sie klar, dass wir nicht mehr in die Gebäude reinigen. Und vielleicht auch oben drauf. Ich weiß nicht, kommt man hier rauf. Ja, kommt man sogar tatsächlich. Aber machen wir erstmal noch nicht. Es ist klar, da... Rece Butto. Was ist das daneben? Wir haben mich flankiert. Begebe mich auf Position. Und? Was ist das daneben? Was ist das daneben? Was ist das daneben? Was ist das auf die Indischen響? Ja? O차, was habe ich mit mir? Wir sind mit ihm verabschiedet. Boja, tjaja! Das war schon, ich war schon, ich war schon. Ich war schon, ich war schon. Ich hab... Echt, Cut. Verklebte... Dings. Okay, der ist jetzt oben drauf. Wir dürfen nur noch unterschießen können. ... Sechsundsichzig. Pотрiff es sich ok, erstmal die Baug fin. Hm, das ist alles nicht gut hier. Okay, jetzt haben wir ebenso alles schon mal flankiert. Ich hoffe, dass wir den da noch... Und tschüss! Du siehst hier wahrscheinlich nichts an. Drei Schwaben. Okay, sicher mal zuerst. Wir nehmen den Typen an. Das ist gut. Vielleicht nicht alle nachladen, aber ein paar wenig auf ihren Foto achten. Wir nehmen den Typen an. Seid zu viel. Oh, mir immer noch. Passo ligero. Okay, rein. Ich weiß noch nicht, was das ist. Ich sto movendo. Einfach nur ein Kaffee, wa? Geht zumindest so aus. Verstanden. Unterwegs. Есть, выполняю. Schönst dann bleiben. Reingelaufen. Das ist die Dach. Entschuldigung. Ich bin auf jeden Fall. Warte! Warte! Das ist die Dachsicht. Verteidigung! Ich habe die Dachsicht. Ich habe die Dachsicht! Was ist das? Was ist das nochmal? Im Laufschritt Jawohl Er zieht sich zurück Er zieht sich zurück Er zieht sich zurück Er zieht sich zurück Er hat mich Komplett zurück Er zieht sich zurück Er zieht sich zurück Bin unterwegs Alien Objekt in Sicht Na ja Das ist doch gut Verstanden Unterwegs Scheiße Das ist jetzt natürlich Kacke Er braucht Granate Mehr Zur Hand Geht Da steht zu Jetzt ein bisschen Kacke Nicht zu sagen So richtig kacke Das ist doch Also beten Das ist jetzt so Daumen drücken Daumen drücken Daumen drücken Du kannst nicht so weit schießen Du kannst schon so weit schießen Aber du kannst nicht so weit schießen Das ist doch Ziel in Sicht Wir brauchen auch Sie verlieren meinen Boden Da ist schon was los, ja Du hat Ziel verfehlt Wir sind unterwuchs Ich werde die Nein Ich werde das nicht In der Stand Du hast kein Geht Das kann ich nicht Ich werde Ich werde nicht Ich werde Ja, aber das müssen wir nur noch überleben. Oh, bitte erschießt ihn, bitte erschießt ihn. Oh, bitte. Oh, bitte. Auf geht's. Quasi, quasi inizioate mir Reikonto. Можно начинать. Okay. Würde gesichert. Kommt hier wieder ein Stück nach vorne da ran. Das wäre hier noch nicht so weit weg sind vom Rest. Jetzt versuchen wir ein bisschen zusammenzuziehen. So rein, ja. Ne dörg' sich. Alles normal. Affirmativo. Okay. Die sind alle wieder zu uns. Noch sind hier nämlich... ...die hier übrigens irgendwie gerade keine Lust haben mit uns zu spielen. Ja. Seid zu killed. Ja, podemos seguir. Pronti a proseguire. Ja. Das wird ja doch schon nachgeladen. Das könnte auch mal... Ne, kommen wir nicht raus. Ne, kommen wir nicht raus. A la orden, Comandante. Oh nein, der dritte... VALIA! Das war echt zu uns, als würde uns da jetzt so voll einen reinbrezeln. Steht da hin, ich gut hinbe... Da ist die Wehr, vielleicht noch die Suche anbörsen. Du hast hier links noch ein Insektoid. Das ist natürlich möglich, aber... Ich stehe doch noch irgendwas auf dem Dach. Ich muss ein bisschen mehr in den Raum reingucken. In Bewegung! Ein bisschen mehr in den Raum reingucken. Was ist in die Hölle da aufzugehen? Geschubt! Machen wir mal unten erst mal. Verstanden! Los geht's! Ich gehe da hin. Ja, Herr Kommandante. Machen wir noch einmal nach, okay? Oh, jetzt müsste sie ja so lange... Ah, da kommt die Suche an. Das hat schon mal getroffen. Das ist ein Schissler. Das kann man auch leider nicht betäuben, sonst würde ich jetzt die Chance nutzen und einen davon mitzunehmen, sozusagen. Das ist nämlich rein mechanisch, wie man hier sieht. Achtet auf die Flanken! Achtet auf die Flanken! Sie stanno portando su lato! Das war doch mal eine vernünftige Mission auf alle Fälle. Zur Abwechslung. Das ist ein Schissler. Und jetzt, hoffentlich habe ich mich nicht getäuscht, sonst ist jetzt China weg. Ja, aber gut, dann wenn China weg wäre, ansonsten wäre Mexiko weg. Okay, Herr Isabella, Simon ist unter Schmerzung. Scharfrichter. Okay, Scharfrichter. Komm mal zu. Exekuten. Ich weiß, es war nicht einfach, aber dies könnte wirklich ein Wendepunkt in unserer Forschung sein. Wir können das Objekt nicht nur vernehmen. Ein lebendiges Alien gibt auch viel mehr Aufschluss über ihre Physiologie. Beeindruckende Arbeit. Die Vorbereitungen im Sicherheitstrakt laufen auf Hochtouren. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Hör mal gut so ein bisschen, wenn man im Auge behalten wird. Und, fuck, China ist weg. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Ja, das heißt, wir haben unser erstes Land verloren. Na gut, aber sonst hätten wir jetzt Mexiko verloren. Und was war der Fehler? Tatsächlich einfach eine ungünstige Zusammensetzung. Also, habe ich mir Ägypten geholt? Naja, okay. Schauen wir mal, ob es dann auch ohne China geht. Was China denn macht? Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Ärgerlich. Na gut, schönen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.